So, Freunde, nachdem ich jetzt ganz lange gespart habe, mein Sparschweinchen geschlachtet habe, da ist er, der Neue. So, was machen wir hier, Andreas? Ich scheiße mir jetzt erstmal in die Hose. Warum? Das Ding hat 700 PS. Wenn Männer Spaß haben. Alter, krass. Ich bin ein bisschen blass. Ja, das ist Schweinegeld, was das Ding kostet. Wie viel? Weißt du es? 400. 400. 400. 1000. 100. 100. 100.